So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Ops 2. Wir zocken heute mal wieder Team Deathmatch mit den ganzen Deppen, die hier im TS rumlungern. Hallo, ihr Deppen. Hallo. Hallo. Hallo, du Depp. Ich bin kein Depp, Arschloch. Du Penner. Aber wir spielen kein Hijacked ohne Scheiß, Mann. Doch, ich hab Instant Hijacked gewählt. Na, Jemen oder Hijacked? Jemen oder Hijacked? Also, in jedem Fall, wie im Hijacked. Ich bin auch für Hijacked. Ihr seid doch alle schwarz. Oh, das wird spannend, das wird spannend. Das ist ein Clan-Ding. Spannend. Ein Clan versus Clan. Ne, ne, noch ein Renden. Ein Renden. Die Apes. Also, das sind die Affen. Also, gab es Apes, oder? Apes, Alter, ja. Affen, Alter. Was ist los, ey? Wir spielen gegen Affen. Ja, Skypo, Moment, da müsstest du ja rüber zu denen. Ich bin auch ein Affe. Ja, warte, ich versuch's. Oh, und zu spät. Alter, das ist ja ein klarer Teamfight hier, hey. Was für eine Map, personal. Ich weiß nicht, ey. Cargo. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ja, ist es gut. Ja, es sieht aber aus, als wäre es Christmas, Mew. Ich nehme statt AGR, nehme ich mich nicht. Warum habt ihr mich für Hijacked gewählt? Totale Geschütz mit, Alter. Ja, aber ich hab für Hijacked gewählt. Hijacked ist meine Affen-Map. Hijacked ist minderwertig und schwarz, wie Gerber. Ich hätte sowieso jetzt einfach nur die ganze Zeit mit meinen Scheißen... Ich glaube, Lerner, solche Sachen solltest du lassen, wenn wir jetzt so hier sind, oder? Nach was? In dieser Rast-Test musst du dich nicht toleriert lernen. Ach, das wollen die Leute erhören. Also okay, wir haben einen Schwarzen im Team, der Gabel. Alter! Der ist so schwarz in der Nacht der Unsichtbar. Oh, Leck. Ach, da sind wir voll die Allotrix-Faker, Mann. Wir sind nachher voll die Allotrix-Faker. Meinst du? Wer ist Allotrix? Deine, mach mal. Wer hat einen kleinen Penis? Gabel? Nein, der hat einen schwarzen. Schwarz-Penis, die sind größer als gleiche, ne? Oh, Gabel. Das ist mein... Ich würde nur sagen, das war für eine Vermutung. Oder ein Mythos. Ihr seid ein Mythos, Alter. Ihr seid ein Mythos. Abschluss bestätigt. Den hast du mir voll KS, ey. Weggetümmelt, alle. Niemals. Ja, natürlich, Mann. Ach was. Das kommt dir nur so vor. Schade gemacht, ey. Weil weg geht's dir, nö. Das ist neutralisiert, ey. Ich, Wambo, Wambo. Wir alle Wambo. Ah, jetzt hat er mich abgetötet, der Labbe. So eine Labbe-G'sicht. Boah, ich bin richtig schlecht in dem Game. Ich sag, ja. Das, sag bloß, Gabbel. Ab ein. Oh, yes. Boah, leck, 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 leck. Na, super tot. Ah, maybe bin ich gleich tot. Na, ich bin tot. Tolle Wurst. Supi, ey. Feindliche Drohne, ey. Ach, da ist ein Depp in der... Feindliche Drohne. Ja. Warte, ich wurde angestupst. Hat irgendwie nur ein Tumor vom Klan. Ja, der hat mich auch schon angestupst. Einfach... Einfach ignorieren. Erstmal. Ja, boah, scheiße. Das machen wir nachher. Ich hab ne Drohne, ey, Bitches. Alex, dein Ernst? Was ist das? Drei Schüsse und den sie will? Ich hab keine Drohne. Oh, jetzt gibt's... Heiland, zack. Ich bin grad echt zu dumm zum Scheißen. Oh, krieg ich Drohne, das ist's, Alter. Feindlicher Blitzschlag. Jesus, Maria. Alter, ich hab's denn überlebt. Kugel, die Schrimmester. Ey, Hälter, haben Sie einen Hälter? Und dann nimm dich auf mich. Ey, da kommt noch ne Ding. Oh, fuck. Ja, und dich hat's ja auch noch erwischt, ey. Ich bin grad ins Haus reingelaufen. Alter, wie ich will das... Jesus, Maria. Ich spray mal wieder wie die Sau, ja? Alter, sind das Weihnachtsnoops mal. Weihnachtsnoops? Du bist ein Weihnachtsnoop. Dein Mama ist auch ein Weihnachtsnoop. Oh mein Gott, ich hab zwei Kills. Scheiß, sehe ich gehe. Oh, ich hab ein Bein geh. Oh, ich hab glücklich. Oh, das geht's groß, ja auch wollen wieder los. Oh, 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 oh. Ach, da, schöner Dropshot. Eben, die Beine, du Lapp. Da könnte ein Wechsel sein, Mann. Ja, das wäre so. Ah, ich hab Vorräte. Kaum. Da hat bloß jemand eine Granate nach mir geworfen. Ich hab Vorräte unterwegs. Ah, ich hab mein Geschütz, bitches. Nigga, 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 nigga. Ja, dann packst du aus dein Geschütz. Warte kurz. Nein, meine Vorräte sind ins Wasser gefallen. Das ist deine Schuld, weil du schwarz bist. Vorräte im Wasser. Ey, den wollt ich, Mann! Ja, aber ich hol einfach deinen Black Hat. Ach schon, was denn? Nein, ich hab zehn zwei gestorben. Oh, wieso nur? Oh, scheiße, der war das Knack. Wer hat von der Schotkette angegriffen und dem hin zu dem hin Messer. Ich glaub ich nur ne kleine andere Waffe oder die M27 taugt nix. So, mal gucken, wo ich mein Geschütz hinschimmle. Schimmelst irgendwo hin, wo es das taugt. Not cool. I'm the baddest in das ganze Haus. Das ist doch ne gute Position für mein Geschütz. Jetzt hab ich nen Black Hat. Wo ist denn das Hunter Clash hin? Hellstorm. Oh, das fickt euch doch ins Gehirn. Haha, Manu. Ja, da hab ich dir den weggeschimmelt, ey. Ja, aber übel, Alter. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich so, ey. Kriegen die das so oft? Ja, ich glaub einer entleeren Team ist eigentlich einfach gut. Die anderen nicht. Oioioioioioioi. Das waren zwei zu viel. Hat die... Na los. Komm, Geschütz, mach Kills. Ja, Geschützabschuss. Ich schlabe da. Ich hab mir jetzt dieses Dingbombs da, dieses Hunter Clash hin. Da. Mach das mal hier. Ist weg! Oh Mann. Oh. Alter, stehen da drin. Die gehen an mein Geschütz, Leute. Die Niggas. Nein, sie haben das Geschütz zerstört. Sowas von Schwarz, Alter. Geht da extra hin und dann ist sie, hat der Killer weg. What the fuck? Manu, mach irgendwie vor das Video so, wir sind auf keinen Fall Rassisten und Arzt. Leon, das ist ganz einfach. Wir stellen dich einfach als Rothaariger dar. Äh, fick dich, ich bin kein Red Hat für die Lappen. Oder wir sagen, er verlieren wir, der Schwarz. Dann kommst du wenigstens noch Skull rüber, wenn er die ganze Leute... Nein, Manu, hast du keinen Skill oder was? Du hast keinen Skill. Hier fünf sind fünf, ihr Lappen. Beste Brote mal wieder, ey. Muss ich alles alleine machen. Neue Attraktion, Rothaariger, beleidigend Schwarz. Im Glück kriegen Manus Videos eh keine Fuse, deswegen bin ich beruhigt. Na ja, sagst du. Ninjas vs. Nigger. Wo find's? Wir können ja mal suchen und verstecken machen, das wäre doch witzig. Ja, das wäre wirklich Schluss, das wäre halt irgendwie geklaut. Jetzt reicht's, klasse wählen. Jetzt packt er seine totale M7 aus, die ist absolutes Killer, wasser. Ne, ne, ich pack hier die S12 aus. Ich bin grad, ich hab beste Knicks. Och komm, das gibt's doch nicht, im Ernst. Oh, nee. Mie, 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 mie. Äh. Alter, da fickt mich die Scorpion Evo und Nab, Mann. Keine Kraftausdrücke, Alter. War ne MP7. Ach, nur weil du schwarz bist. Ja, und sind eigentlich deine Eltern auch rothaarig. Ja, rothaarig. Alter, was ist das? Jetzt sterb ich nur noch am laufenden Band, Mann. Eben, Dreierquote, jetzt 1,6. PAM, Alter. 1 Schuss vorbei. Ja, Mann. Egal, ich bin immer noch besser als 3 Viertel von euch. Ja, Mann. Ach, Mann, das ist halt wie der autische Shotgun. Ja, schau doch mal. Haha, ich mag die. Das kann doch nicht dein Ernst. Guck mal, 1 Schuss, Alter, 1 Schuss. PAM ins Gesicht, Alter. Boah, Skill, Alter. Nein, in den Arsch, Mann. Haha, voll in den Arsch geschossen, ey. Ja, das ist wirklich schwierig gegen der One-Shot zu machen. Ja, ich will die auf Gold haben, ey. Also, ich krieg nie mit der... Ja, ich krieg nie mit der... Ja, ich krieg nie mit der nie Wands in. Ach, das ist doch einfach. Ey, mach mal Slums. Äh, Slums, please. Ja, Slums, toll. Slums. I can't understand you. I can't understand you. Please speak in German. Please speak in Slums. Sorry. Warum? Oh, jetzt haben die Eis recht geniegt. Ja, der Clan hat keinen Bock mehr auf uns. Weil wir sie abgezogen haben. Vor allem ich. Ja, ja. Und das gibt es wieder an. Alle drei Viertel des Games bessere Quote als du, Alex. Und am Ende? Äh, Sky, wo bist du das? Jetzt nicht mehr, nein. Okay, ich geh jetzt auch nicht mehr. Ich glaub, ich mach mein Geschütz wieder raus und pack mein, äh... Ach, schon, eh bist du scheiße. Wir sind doch dumm im Ernst. Jesus heißt dumm. Ich glaub, ich mach AGR wieder rein. Oh Gott, I think we get enemies. Punkteserien. Ich hau mal die W... V... VTO, Alex. Komm, du brauchst doch die Drohne, die Fernlenk... Fernlenk und die Hunter-Killer, komm. Ich... ich weiß nicht, ob ich das schaff. Ja, die Drohne-Ding ist schon schwer, weißt du. Die Fernlenk-Ladung, Alter. Da brauchst du 25 Punkte mehr. Das ist schon... Das kriegst du nicht hin. Die hab ich noch nicht. Die muss Level 18 sein für die Fernlenk-Ladung. Nein. Behindert. Nee, doch, klar. Ja. Hau doch deinen Liberator als Punkteserie rein. Das ist Gabel. Wupps so, und alle feinen im Gegner-Team werden... äh... im Dingensbereich werden gestunt. Sorry, meine Schwestern, leider die Bohrarbeiten beendet. Sorry. Ja, die Bohrarbeiten. Oh Gott, bist du dumm, Alter. Falls in diesem Moment jemand, äh, ein bisschen zweideutig denkt, das ist sehr... äh, ich sag mal dazu... ...möglich? Muss so sein, im Ernst. Okay, dann Renovierungsarbeiten. Renovierungsarbeiten, dann kommt ein bisschen zu spät. Kennt ihr die Serie, wo... ...Foxy Love so mit dem Laserschwert, ja, in dem... ...Genitalbereich? Drone together, du Lappen. Drone together, was hab ich gesagt? Kennt ihr die Serie, du hast gar nichts gesagt. Kennt ihr die Serie, da hast du direkt angefangen zu babbeln, Alter. Kartoffeln. Äh, ja. Ja, das war jetzt echt... Schmeißen wir jetzt hier Wörter in den Raum. Karotte. So, ich werf mal das Wort Kartoffeln in den Raum. So, ich werf mal das Wort Kartoffeln in den Raum. Tomate? Leon. Du bist rothaarig. Ich bin nicht rothaarig, du wick. Äh, Leon. Wir haben dein Facebook-Fort und du bist rothaarig. Ja, ich schick dich in den Sackhaare verpost, Mann. Warum hab ich das jetzt noch? Leon, ich hab deine Wörter gesehen, die ist auch rothaarig. Ja, natürlich. Alter, wie das leckt, Mann! Ja, ein wenig. Ähm, hallo? Junge Vater, Alter. Ich hab 102 Balken angenommen die ganze Zeit nur. Junge Vater. Ich hab einen, ich hab einen Rf-Kill gemacht. Das heißt, ich hab den meisten Hilfe von uns. Ihr seid alles Lappen. Alter. Und da kommt schon wieder der Shotgun ab, ey. Die haben mich hier einfach übern Haufen gerannt, ey. Was ist denn los, ey? Ja, weil das ist kack-verdeckt, Mann. Alter! Was für Längen? Das Internet. Schau ihn, schau ihn, schau ihn. Oh. Wie schnell ist mir hier gegen den Kopf? Aua. Sind doch Prestige-Meister und so, also hab ich jetzt nichts anderes erwartet. Juuu, Alter. Alter. Verbündete Drohne nähert sich. Ernsthaft, die Leggings drehen. Alter, ne, das ist so nicht möglich. Ich kann einen mit zwei Schüßen killen. Fuck. Ja. Oh shit. Lol. Leute. Ich hab ihn voll weggekriegt. Ja, ich hab ihn voll weggekriegt. Ich glaub, die fackten uns gerade. Äh. Praktisch gesehen. Praktisch gesehen. Junge Vater, Alter. Ich hab ihn voll weggekriegt, Alter. Ja, ich hab ihn. Swipe an Verbindung. Das ist mies. Boah. Alter. Natürlich. Also ihr kriegt ja gerade richtig auf die Fresse. Oh, ich will da nicht raus. Ja, los. Der Einzige, wo keiner auf die Fresse kriegt, das bin ich. Nee, ich hab 4-3 ihr Lappen. Das ist schön, Leon. Ju, Alter. Also du Kämpfer bist, Leon. Campe nicht, lol. Doch, sagt Jens. Jens sagt bestimmt. Alter, da kommt er wieder. Ja, Todbringer, natürlich. Hat der irgendwie doppelte Feuerrate da auf seiner Linken drauf? Boah, der hat einen Todbringer, Alter, Leute. In der Mitte von der Map. Oh shit. Ja, Mann. Wie kann man denn sowas überleben und damit der Cap so... Ja, das geht. Eine Diamond Cap. Da denk ich nur... Aha, voll krass. Alter. Wo ist der Todbringer? Ist der schon tot, oder? Ey, der ist hinter uns, Leute. Ja, ich hab's gesehen. Alter. Junge Vater, Alter. Das ist doch scheiße, im Ernst. Also so abgezogen wurden wir echt noch nie. Also das ist ja schon... krasser Bullshit, ey. Das ist schon fast zu extrem schon allein für mich. Und ich bin... Ich bin ja täglich abge... zu... Alter, Sonja ist mir den weggeschimmelt, ey. Ja. Und da ist dieser Todbringer schon wieder, ey. Leute. Das ist ein Abschutz. Also, langsam müssen wir den mal töten, echt? Ja, und wenn man töten, der hat den doch danach noch. Der muss den wegschieben. Der muss den wegschieben. Und dann hat der den dann noch. Was müssen wir denn? 200 Munition verbanden. Ja. Der 100 einfach. Ich fühl mich so biess. Ja, natürlich. Ich geh mich grad vollgemob. Ja, ein wenig. Boah, ich fühl mich dran ab. Der ist das. Das ist das. Heilige Schaff! Ich bin hier weg. Hinter dem. Boah, ein Headmarker kassiert! Alter, aber der Schimmel wird ganz viel zu weg. Kipps doch gar nicht! Boah, ich hab einfach von dem CT geworfen. Junge Vater, Alter Du sagst was Okay, die sind echt happig Boah, Alter Leck mich am Sack, wie die abgehen Das sieht man wieder typisch, Alter Ja Kommt dabei raus Juh, Alter Ich würde mal sagen, wir campen jetzt ein bisschen Das ist zu spät, du hast drei Kills, zwei Kills, Mann Wie jetzt gerade mal in uns wachen rum Na, den ersten Kill haben sie schon mal? Oh, Schuh, Alter Wie lang ging das Match jetzt? Zwei Minuten? 8,5, oh, ich fühl's grad richtig German's Damn Genau, genau Jesus Maria Ja, natürlich, ja LOL Natürlich Der hat die aus Gold Ist klar, ey Der hat auch eine Diamond Slayer, glaub ich Ja, eben hat einer eine Diamond gehabt, Mann Das ist Ach, Schuh, schon Okay, das war echt, äh Raus hier, raus Nein Nein, nein Das ist ein Gegner, Junge Endlich mal eben, würde ich die Gegner für mich Guck mal, Alex ist trotzdem erster, ich kapier's nicht Du Wichser Alex, learn to play Ja, Alex, learn to play Ey, macht mal Zufall, ey, ich hab keinen Bock auf beide von den Karten, ey Die Karten nerven extrem, ey Och, Slums ist eigentlich schon Na, Slums nervt auch mittlerweile Gibt echt bessere Maps Wo ist Highjacked? Nun? Ja, jetzt müssen wir schon wieder gegen die spielen, oder was? Ja, ja klar, wir spielen auch mal gegen die Diesmal machen wir uns ja fertig Auf Cargo Wern wir ja jetzt sehen Klar, Alter Wenn da einer mit der Diamond Snipe rumläuft, machen wir die auch fertig, gell? Natürlich Ja gut, die haben aber viele Randoms Ja gut, die haben aber viele Randoms Ey, die sind einer weniger, gell? Tja, man hat's ausgeglichen Und ein Prestigemeister Yay Jetzt schwer nicht Tolle Wurst Alter Blablabla, blablabla Oh Gott, ey Ey, langsam nervt Ey, langsam nervt Ja, echt Jetzt babo Ja, Gott Ich glaube, wir alles sind so voll eingeschickt, weil sie überall sehen Puls, 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 Puls Lass uns einfach wegmachen, dann Ich will langsam losgehen Oh Mann, ey Oh Mann, ey Alter, geh raus Ernsthaft Na, na, na Die werden wir jetzt absehen, hier Spielstart in... Fünf Na los, komm schon Na, na Jetzt bleib mal bitte in der Lobby, Mann Ja, würde ich aber auch mal behaupten, hier Na los Zwei Bist du aus Deutschland? Nooo Nee, war ich aus England Na, na, na Na, na 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 Der eine hat doch da selber deutsch geredet. Ja sicher. Das war ein Clan. Das war FA meinte, dass wir Nazis sind und der andere war easy. Hey was haltet ihr von der M27 mit dem Granatengarfer? Das Ding hat nur zwei Schüsse. Hä? Meine Granate ist nicht hochgegangen vom Granatwerfer. Das dauert eine Zeit, die muss eine Zeit fliegen. Nein, die muss eine bestimmte Range schießen, dann geht der hoch. Die muss eine Zeit fliegen, hab ich schon gesagt. Hilfe, Hilfe. Ja doch, eine bestimmte Stars zurückfliegen. Doch. Ja natürlich blend alles hier voll ins Gesicht, jetzt gehts los. Das ist nur das Westwege und hier Alex KS mal wieder. Alter, der rennt einfach durch meine S-Mine. Auch. Sorry. War grad am Wind. Ja, New Camper im Haus. Ju, Alter. Natürlich. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's.